Es war eigentlich so, dass immer wieder Gäste an uns herangetreten sind, die eben nicht so häufig in die Sauna gehen und die wollten auch noch mal wissen, wie man es richten möchte. Der Sauna-Workshop dauert ca. 3 Stunden. Es besteht jetzt zuerst aus einem Vorstellen unserer Anlage, welche verschiedenen Sauna bieten wir an. Wir bauen uns einen theoretischen Teil im Sauna Bisto mit einem kleinen Test zum Abschluss. In der dritten Stunde kommt dann der praktische Teil, wo mit den Gästen ein Aufluss durchgeführt wird oder auch eine Anwendung im Dampfbad, eine Beauty-Anwendung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017